Im Februar 2023 hat das Handelsgericht Wien entschieden, dass die Preiserhöhung eines Energielieferanten aufgrund einer überraschenden und nachteiligen Klausel in den AGBs unzulässig ist. Dieses Urteil hat in den Medien sehr viel Aufsehen erweckt und die Spannung, wie es mit dieser Rechtssache weitergeht, ist groß. Ich darf heute mit dem zuständigen Juristen von VKI, Maximilian Kemet-Müller, über dieses Thema sprechen. Mein Name ist Tobias Zischker und nach einer kurzen Werbepause geht es los. Schon gehört? JURIO, iJURIO ist jetzt Teil des Linde Verlags. Die hochsichere Lösung für komfortable und effiziente digitale Zusammenarbeit. www.jurio.com Und nicht vergessen, für Linde Kunden gibt es 10% im ersten Jahr. So, willkommen zurück. Ich darf herzlich willkommen heißen. Herr Kemet-Müller, danke, dass Sie hier sind. Danke für die Einladung. Und starten wir direkt mit der ersten Frage. Das Thema, über das wir uns heute unterhalten, das war in den letzten Monaten in den Medien ja sehr präsent. Und jetzt habe ich die Frage an Sie, die Preiserhöhung, um die es jetzt in diesem gegenständlichen Urteil geht, warum wurde die jetzt tatsächlich als unzulässig eingestuft? Also zuerst ist einmal festzuhalten, es ging ja nicht tatsächlich um die Preiserhöhung am 1.5., sondern um die Klausel, die hinter dieser Preiserhöhung steht, also auf dessen Grundlage die Preiserhöhung durchgeführt wurde. Die Klausel kam eben am 1.5. zur Anwendung. Aber warum geht es jetzt in dieser Klausel? Das Handelsgericht hat in dem Urteil die Klausel aus zwei Gründen für unzulässig erklärt. Einerseits sagt es, die Klausel ist unzulässig, weil sie überraschend und nachteilig im Sinn des § 864a Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch ist. Und andererseits verstößt sie auch gegen § 80 Absatz 2a des Elektrizitätswirtschaftsgesetzes des ELVOX. Fangen wir einmal mit § 864a Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch an. Die Klausel, muss man dazu wissen, war überschrieben mit dem Titel Wertsicherung Arbeitspreis, beziehungsweise unter der Oberüberschrift zu finden Wertsicherung. Jetzt stellt man sich unter Wertsicherung in der Regel eine VPI-Anpassung vor, die ja aus diesem Warenkorb mit über 750 Waren besteht und sozusagen die allgemeine Inflation abgelten soll. Das ist die allgemeine Erwartungshaltung, die der Verbraucher, die wahrscheinlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die wir haben. Tatsächlich hat sich aber unter dieser Klausel etwas anderes verborgen, nämlich eine Anpassung mithilfe des österreichischen Strompreisindex. Der österreichische Strompreisindex ist eigentlich, so sagt das Handelsgericht, ein Index, der eine Prognose über die zukünftigen Großhandelspreise abbildet. Also ganz weit weg vom VPI, sondern eigentlich eine Marktpreisklausel, wenn man so will. Und da sagt das Handelsgericht ganz schön, dass sowas ist überraschend und nicht erwartbar für Konsumenten. Mit sowas rechnet man unter dieser Überschrift nicht und erklärt die Klausel eben schon aus diesem Grund für unzulässig. Hinzu kommt noch, nach Ansicht des Handelsgerichts Wien, dass die Verbund AG ja auch als größter Versorger auftritt, der immer geworben hat mit unseren Kraftwerken. Dann hat es auf der Homepage damals auch noch Bilder gegeben von den Kraftwerkparks, die da betrieben werden. Und noch dazu verspricht die Verbund AG ja Verbraucherinnen und Verbraucher in der Regel Strom aus 100% Wasserkraft. Das heißt, die Erwartungshaltung ist deshalb noch viel mehr. Wir bekommen Wasserkraft aus Österreich, aus den eigenen Kraftwerken der Verbund AG. Und deshalb ist die Situation natürlich anders, wie wenn man Strom bei einem reinen Stromhändler bezieht, weil man eben bei der Verbund AG davon ausgeht, dass der Verbund ja Stromerzeuger auch ist und deshalb ja eigentlich losgelöst von diesen Marktmechanismen, die Endkunden, Endkundinnen beliefern kann. Und auch da sagt das Handelsgericht, ja gerade bei so einem Erzeuger ist ja eine Klausel, die auf den österreichischen Strompreisindex abstellt, ja überraschend und objektiv ungewöhnlich. Weil die Marktpreise haben ja mit den Preisen, die der Verbund in der Erzeugung, in der Gestehung ja bezahlen muss, überhaupt nichts zu tun. Die sind nicht erwartbar, warum man hier meinen Großhandelsindex heranzieht. Und somit hat dann das Handelsgericht gesagt, ja die Klausel verstößt schon gegen 864a allgemeines bürgerliches Gesetzbuch. Zum Glück geht das Handelsgericht aber noch weiter und prüft die Klausel trotzdem noch, das hätte ja sagen können, das reicht mir, die Klausel ist unzulässig, wir beenden jetzt da die Prüfung, die Klausel aber auch noch am § 80 Absatz 2a des LWOG. Das ist insofern auch relevant, weil das eigentlich das erste Urteil zu dieser Gesetzesbestimmung ist und somit natürlich richtungsweisend ist und daraus sich erste Anhaltspunkte ergeben, wie jetzt diese neue Bestimmung, sie ist erst im Februar letzten Jahres eingeführt worden, ohne großartiges Begutachtungsverfahren, also man möchte fast sagen in einer Nacht-und-Nebel-Aktion. Und da ergeben sich jetzt erste Anhaltspunkte eben in diesem Urteil. Und da wird eben in diesem § 80 Absatz 2a festgehalten, dass die Änderungen des vertraglich vereinbarten Entgeltes in einem angemessenen Verhältnis zum für die Änderung maßgebenden Umstand stehen müssen. Und vielleicht den ein oder anderen Juristen, die ein oder andere Juristin erinnert das jetzt daran, an die Bestimmung des § 6 Absatz 1 Ziffer 5 Konsumentenschutzgesetz. Das Handelsgericht Wien hat sich offensichtlich auch daran erinnert, wir uns vorher auch, und sagt, naja, das ist inhaltlich so nah an dieser Norm, dass man eigentlich nahezu den gleichen Maßstab anlegen muss bei der Prüfung. Und das heißt, es ist das Ziel der Norm, die Bewahrung der ursprünglichen Äquivalenz des Vertrages aufrechtzuerhalten. Also wir sind wieder dort bei diesem Ding, es kann jetzt da nicht zu Übergewinnen kommen. Es soll sozusagen das Verhältnis von Entgelt zu Leistung gleichbleiben. Das ursprüngliche Wertverhältnis zwischen Unternehmensleistung und Endkundenleistung soll gleichbleiben und das verbietet dann ja am Schluss sogenannte Zufallsgewinne, die jetzt auch überall in den Medien immer wieder Thema waren, Zufallsgewinne, es kommt zu Übergewinnen, die müsste man abschöpfen. Nach so einer Klausel, nach dieser Auslegung kann man durch Preisanpassungen eigentlich gar nicht zu solchen Zufallsgewinnen kommen, zumindest nicht im Endkundengeschäft. Wobei man sagen muss, viele Bestimmungen des § 80 Absatz 2a, das interessiert vielleicht auch, oder überhaupt das L-Vox, gelten auch für Kleinunternehmer. Das heißt, es trifft wahrscheinlich viele, viele Unternehmer auch in Österreich, die sozusagen von diesen Schutznormen profitieren können. Und das Handelsgericht geht dann weiter und sagt eben, diese maßgeblichen Umstände müssen einen sachlichen Bezug zur bisherigen Preisgestaltung des Stromversorgers haben. Was wäre jetzt ein sachlicher Bezug? Auch dazu gibt das Handelsgericht nämlich Anhaltspunkte und sagt ganz dezidiert, das wäre beim Verbund etwa das Personal- oder Sachaufwand, Verwaltungskosten oder Kosten aufgrund neuer, hoheitlich initiierter Belastungen. Das wären zusätzliche Steuern, das wären zusätzliche Abgaben. Nicht aber, sagt das Handelsgericht ganz klar, das, was der Verbund gemacht hat, nämlich wenn es zu einer höheren Marktnachfrage kommt, die die Gewinnspanne erhöhen könnten, dann da in bestehende Verträge so einzugreifen, dass sich sozusagen diese Gewinnspanne auch in bestehenden Verträgen erhöht. Das ist nicht so lässig. Jetzt hat sich beim Verbund noch eine Sonderfrage gestellt, weil wie sich im Verfahren herausgestellt hat, produziert nicht die Verbund AG, also die Muttergesellschaft den Strom selber, sondern die Tochtergesellschaft, die Verbund Hydrobauer, produziert den meisten Strom. Da wird dann im Konzern gehandelt. Und da fährt das Handelsgericht in gewisser Weise drüber und sagt, naja, die Gewinne der Tochtergesellschaft, die ja dann in der Bilanz der Mutter wieder aufscheinen, die sind der Verbund AG schon zurechenbar, weil sonst könnte man ja konzernintern die Verträge so gestalten, wie man will und eine Klausel vereinbaren, die dann am Schluss zu hohen Konzerngewinnen führen würde, aber eigentlich die Konsumenten, Konsumentinnen dann am Schluss die Zeche bezahlen lässt und diese so eine x-beliebige Preisfestsetzung soll ja gerade nicht möglich sein. Sozusagen das Urteil zusammengefasst kann man, das Urteil kann man dann so zusammenfassen, werden die Strommengen nicht tatsächlich an der EEX, also an der Börse in Leipzig, gehandelt und erworben, sondern konzernintern erzeugt, ist ein Index, der den österreichischen Strompreisindex als Begrechnungsgrundlage heranzieht, nicht sachgerecht, um die subjektive Äquivalenz des Vertrages beizubehalten. Das heißt also, was wir jetzt da sowohl bei 864a als auch bei § 80 Absatz 2 LWOG ausgeführt haben, die subjektive Äquivalenz, die wird am Anfang vereinbart, das ist der Kunde bereit zu zahlen, das ist der Anbieter bereit, den Strom abzugeben, die muss aufrechterhalten bleiben, wenn es jetzt dazu Wertveränderungen kommt, aufgrund der allgemeinen Geldentwertung, VBI-Anpassungen werden erlaubt, wenn sich die Gestehungskosten tatsächlich verändern, auch das wäre erlaubt, aber eben keine Zufallsgewinne und gerade bei einem Konzern wie der Verbund AG, die mit 100% Wasserkraft geworben hat, war eben das das Leistungsversprechen und die Erwartungshaltung der Konsumenten, wir bekommen Strom aus eigenerzeugter 100%iger Wasserkraft. Ja, danke, also das bringen Sie wirklich sehr gut am Punkt, um was es da jetzt eigentlich geht in der ganzen Sache. Jetzt sind Sie selbst ja vom Verein für Konsumenteninformationen, kurz VKI genannt, und da habe ich jetzt die Frage an Sie, wie ist der VKI überhaupt dazu gekommen, in dieser Rechtssache mitzuwirken und welche Rolle spielt er im Verfahren? Also der VKI ist Verfahrenspartei, ist Kläger in dem Verfahren, also wir haben die Verbund AG geklagt. Jetzt fragt man sich vielleicht, wie geht denn das, wie kann man denn jemanden wegen einer unzulässigen Klausel klagen? Da gibt es eine Verbandsklagsbefugnis, die ist im § 28 KG geregelt, also Konsumentenschutzgesetz, und da können wir so abstrakte Verfahren gegen Unternehmen, die unzulässige Klauseln verwenden, führen. Neben dem VKI haben auch noch die Sozialpartner diese Klagsbefugnis, die dann im § 29 Konsumentenschutzgesetz genannt sind. Neben dem VKI nutzt diese Klagsbefugnis allerdings nur die Bundesarbeitskammer. Die anderen haben die Klagsbefugnis bis zum heutigen Tag noch niemals ausgegeben, genutzt. Was ist jetzt so eine Verbandsklage, die da geführt worden ist? Die richtet sich, ist eine Unterlassungsklage gegen einen Unternehmer, der in der Regel eine gesetzwidrige Klausel verwendet. Das Urteilsbegehren hat dann sozusagen zwei Teile. Einerseits richtet sich darauf, dass das Unternehmen die Klausel nicht mehr verwenden darf, also nicht mehr in neuen Verträgen vereinbaren darf. Auf der anderen Seite aber auch, dass es sich in bestehenden Verträgen nicht mehr drauf berufen darf. Das heißt, dann steht zwar die Klausel noch im Vertrag, weil da kann man nichts machen, wenn sie vereinbart worden ist, aber es darf sich dann gegenüber Verbrauchern nicht mehr, Verbraucherinnen nicht mehr auf die Klausel berufen. Das heißt, die fällt damit weg und ist auch so die Rechtsprechung des EuGHs nicht dann durch geltungseitende Reduktion oder so zu ersetzen, sondern ist dann wirklich aus dem Vertrag draußen. Keine Anwendung der Klausel mehr. Natürlich sind solche Verbandsklagen mit erheblichem wirtschaftlichen Risiko verbunden. Deswegen führen wir die meisten dieser Klagen im Auftrag des Sozialministeriums, so auch die Klage gegen die Verbund AG. Manche Klagen führen wir auch im Auftrag der Länderarbeiterkammern. Also auch so können wir dieses große wirtschaftliche Risiko tragen, dass diese Klagen mit sich bringen. Sie haben dann auch noch gefragt, wie kam es zu dem Verfahren oder wie kam der VKI dazu, das Verfahren überhaupt zu führen? Naja, das ist ganz leicht. Konsumentenbeschwerden sind da der Grund. Es gab extrem viele Konsumentinnen und Konsumenten, die sich an uns, an unsere Beratungsstelle gewandt haben, uns E-Mails geschrieben haben, angerufen haben und gesagt haben, wir haben da einen Vertrag beim Verbund und am 1.5. wollen die die Preise erhöhen. Aber das verstehen wir nicht. Wir verstehen schon, die Börsenpreise steigen, aber wir verstehen nicht, was hat das eigentlich mit dem Verbund und den Preisen beim Verbund zu tun, weil die haben ja immer diese Krise, die Verbundkraftwerke. Wir sehen die überall in Österreich, stehen die Verbundkraftwerke. Wir haben da 100% Strom aus Wasserkraft. Wir haben diesen Verbund Zauberkeitsnachweis bei unserem Vertrag dabei, wo uns bestätigt wird, wir haben Strom aus heimischer Wasserkraft. Warum erhöhen sich da die Preise? Und wie vielen von den Zuhörerinnen und Zuhörern wahrscheinlich jetzt auch gerade, das kommt unlogisch vor. Warum geht das? Und dann, wenn man in die Verträge schaut, war dort eben diese Wertsicherungsklausel, die sich an den österreichischen Strompreisindex orientiert hat. Wenn wir jetzt kurz auf den österreichischen Strompreisindex eingehen, das ist ein Börsenpreisindex, und zwar wird der auf einer standardisierten Methode auf Basis der Notinierungen an der Energiebörse EEX, das ist die größte Energiebörse in Leipzig, berechnet. Und als Grundlage für den ÖSBI sind die durchschnittlichen Marktpreise der vergangenen neun Handelsmonate heranzuziehen, und zwar die für die Strompreisfutures der nächsten vier Quartale. Das klingt jetzt alles furchtbar kompliziert, aber ich sage immer ganz einfach, das sind sozusagen vergangene Futures, die da zur Anwendung kommen. Das erklärt vielleicht auch jetzt ein bisschen, wer sich jetzt zum Beispiel jetzt gerade den ÖSBI anschaut, wenn dieser Podcast erscheint, der ist noch recht hoch. Das liegt eben daran, dass das die vergangenen Futures sind, obwohl jetzt ja die Spotmarktpreise schon wieder relativ nieder sind und relativ stark gesunken sind. Also man kann so ein bisschen sagen, der österreichische Strompreisindex ist auch immer ein bisschen zeitverzögert. Wir haben dann jedenfalls diese Beschwerden genau geprüft, uns mit diesem österreichischen Strompreisindex befasst, uns mit dieser Klausel befasst und haben dann eine Vielzahl an Anhaltspunkten gefunden, die uns dazu gebracht haben, zu sagen, diese Klausel in dieser Form kann aus unserer Sicht nicht zulässig sein. Haben dann den Verbund auch zur Unterlassung aufgefordert und schlussendlich ist es dann zu dieser Klage vor dem Handelsgericht Wien gekommen. Das Handelsgericht Wien, wie ich jetzt vorher gerade dargestellt habe, ist an einigen unserer Argumente gefolgt, nicht allen. Es hat aber allerdings auch kein Argument, das wir so vorgebracht haben, dezidiert verworfen, sondern es hat dann einfach gereicht, wenn aus zwei Rechtsgründen eine Klausel unzulässig ist, dann müssen die Gerichte auch nicht alle Rechtsstandpunkte abhandeln und das hat ja dann für die Unzulässigkeit gereicht. Das heißt, auch in den nächsten Verfahren Schritten könnte die Klausel auch unter Umständen auch wegen einem anderen Punkt unzulässig sein. Ja, so ist es zu dem Verfahren gekommen und jetzt befinden wir uns sozusagen mitten im Verfahren, mitten in der zweiten Instanz und schauen einmal, wie es weitergeht. Okay, und neben dieser Klagsbefugnis, über die Sie gesprochen haben und der Anlaufstelle für Konsumenten, die der VKI darstellt, mit was beschäftigt sich der VKI noch? Ist da noch mehr dahinter? Ja, also wie der Name schon sagt, Verein für Konsumenteninformationen ist natürlich eines unserer Hauptanliegen, Konsumenten und Konsumentinnen zu informieren, zu beraten und wie man eben anhand dieses Urteils sieht, auch für die Rechtsdurchsetzung zu kämpfen. Wir sind damit seit über 60 Jahren aktiv und wir sind eben eine der größten oder die größte österreichische Verbraucherorganisation. Unser Anliegen ist es eben bei komplexen Entscheidungen in allen Lebenslagen eigentlich ein Angebot zu bieten und das unabhängig von Wirtschaftsinteressen und objektiv und dann auch kompetent in der Umsetzung. Dazu bieten wir ein ganzes Portfolio an Dienstleistungen, Produkten an. Einerseits machen wir Produkt- und Dienstleistungstests. Da werden über 100 vergleichende Waren- und Dienstleistungstests im Jahr durchgeführt. Da geht es auch darum, dass Konsumwüter sicher sind und die produktbezogenen Angaben auch der Wahrheit entsprechen. Also da wird ein Vergleichstest gemacht und auch getestet ist dann auch wirklich das drinnen, was draufsteht, was ja ganz wichtig ist, um sozusagen die Sicherheit von Waren-Dienstleistungen auch aufrecht zu erhalten. Diese Testergebnisse publizieren wir dann auch in der Zeitschrift Konsument, die wir herausgeben. Da gibt es auch noch andere Themen, die für Verbrauch relevant sind, die dann dort abgebildet werden. Dann, wie schon vorher angesprochen, wir haben auch eine Beratungseinrichtung, die ist in der Maria-Hilfer-Straße, also in Wien gut erreichbar, zentral erreichbar, aber es gibt natürlich auch telefonische Beratung und auch Beratung online. Also man kann da auch, gibt es eine Eingabemaske, man kann auch sich so an uns wenden. Seit neuestem bieten wir auch vermehrt Webinare zur Verbraucherbildung an. Das ist auch ein Angebot, um sozusagen in verschiedensten Themenbereichen nachfrageorientierter Hilfestellungen zu liefern. Wir betreiben dann auch die Plattform des Lebensmittelchecks. Das ist eine Information- und Meldeplattform für Konsumentinnen und Konsumenten. Da kann man zum Beispiel einmelden, wenn man sich in die Irre geführt fühlt. Und da ist zum Beispiel jetzt gerade ganz groß das Thema Stringflation, vielleicht hat das deine schon gehört, also dass der Inhalt von Backverpackungen immer geringer wird, aber das Verpackungsdesign gleich groß bleibt und dann ist man einmal verärgert, dass man jetzt da viel weniger für das Gleiche oder vielleicht sogar mehr Geld bekommt. Bei uns ist dann auch noch das österreichische Umweltzeichen angesiedelt. Das ist so ein Label für eben umweltverträgliche Produkte und Dienstleistungen. Dann haben wir auch noch einen Verlag für Bücher und Ratgeber. Und ich sozusagen bin von der Rechtsabteilung des Vereins für Konsumenteninformations. Wir haben auch verschiedene Tätigkeitsfelder, die wir abdecken. Das ist einerseits die Verbandsklage, die habe ich jetzt vorher gerade erklärt, wie das so abläuft. Dann machen wir auch Sammelklagen und Sammelaktionen. Die bekannteste Sammelklage ist wahrscheinlich die gegen VW, wo es eben da um diese Ansprüche im Zuge des Dieselskandals, Abgasskandals geht. Wir haben dann auch eine Vielzahl von Aktionen. Aktionen, Sammelaktionen werden in der Regel dann durchgeführt, wenn es zum Beispiel in einem Verbandsverfahren, in einem Musterprozess ein Urteil gibt und wir uns dann außergerichtlich mit dem Unternehmer einigen, dass er an alle Verbraucherinnen und Verbraucher etwas zurückzahlen soll. Da in letzter Zeit waren das zum Beispiel die Saisonkarten von Skigebieten. Durch Covid-bedingte Schließungen ist es ja zu einer Verkürzung der Nutzungsdauer gekommen. Da haben wir mit vielen Skigebieten eine Einigung gefunden, da hat man sich einfach bei uns auf der Homepage einmelden können und hat dann Geld zurückbekommen. In der Vergangenheit haben wir solche Einigungen auch mit Energieanbietern bei unzulässigen Preiserhöhungen gemacht. Und aktuell ist auch eine Aktion, gerade online, wo es um die Rückzahlung von Kreditzinsen geht während der Covid-Stundung. Also da hat es ja ein Gesetz gegeben, das vorgesehen hat. Während der Covid-Phase hat man seine Kredite nicht zurückzahlen müssen, die Verbraucherkredite nicht zurückzahlen müssen. Die Kreditunternehmen haben dann trotzdem Zinsen verlangt. Da hat es dann eben eine höchstgerichtliche Rechtsprechung gegeben, die gesagt hat, das ist unzulässig. Und dazu gibt es jetzt immer auch Aktionen, dass diese Leute, die die Kreditzinsen gezahlt haben, die zurückbekommen, einfach und niederschwellig. Das ist da immer unser Ziel bei all diesen Aktionen. Und dann haben wir noch eine dritte sozusagen Verfahrensart. Das sind die Musterprozesse. Da unterstützen wir Einzelverfahren. In der Regel wird da der Anspruch an den Verein für Konsumenteninformationen abgetreten. Das hat einen prozessrechtlichen Vorteil, nämlich, dass wir den Rechtszug vor dem OGH haben, den man normalerweise ja bei sehr geringen Streitwerten nicht hat. Und so können wir dann auch richtungsweisende Urteile bekommen, wenn es zum Beispiel keine Klausel zum Angriffen gibt oder wenn sich eben Musterprozesse besser eignen, um die Rechtslage klarzustellen. Ja, das ist sozusagen das große Portfolio, das wir anbieten und das wir insgesamt Verbrauchern und Verbraucherinnen zur Verfügung stellen an Leistungen und mit dem wir eben ein starker Partner an der Seite von österreichischen Verbraucherinnen und Verbrauchern sein wollen. Das klingt tatsächlich nach einem sehr großen Portfolio, was ihr da habt. Gehen wir zurück zu dem Urteil. Welche Auswirkungen hat das Urteil jetzt auf diese offensichtlich sehr vielen Konsumenten, die sich dann so gerichtet haben? Ja, also nicht nur auf die hat es eine Auswirkung hoffentlich irgendwann, sondern auf alle Konsumentinnen und Konsumenten, die zum 1.5. einen Vertrag mit der Verbund AG gehabt haben oder vielleicht auch noch immer haben. Man muss jetzt aber sagen, das Urteil ist ja noch nicht rechtskräftig. Also gerade hat es keine Auswirkungen. Ich habe es vorher schon angedeutet, im Moment ist das Verfahren in zweiter Instanz. Wenn das Urteil allerdings rechtskräftig wird, dann fällt die Klausel, also die Grundlage für diese Preiserhöhung weg und das wird dann wohl Rückzahlungsansprüche an die Konsumentinnen und Konsumenten zur Folge haben, weil es gibt dann eben keine Grundlage mehr für eine Preiserhöhung. Wir werden uns, wenn das Urteil rechtskräftig wird, natürlich dafür einsetzen, dass die Rückzahlung einfach und problemlos erfolgt. Im besten Fall gibt es eine Einigung dann mit der Verbund AG, die eben dann in Form einer Sammelaktion beispielsweise abgewickelt werden kann, wo man sich dann irgendwo einmeldet und wo es dann leicht dazu kommt, dass die Konsumenten und Konsumentinnen möglichst einfach, möglichst niederschwellig ihr Geld zurückbekommen können. Natürlich würde dann auch in Folge eine Sammelklage im Raum stehen, wenn die Verbund AG nicht einlenken sollte. Wenn es da Weigerungen gibt, dann haben wir ja auch noch andere Klagsinstrumente, um da die Interessen der Verbraucherinnen und Verbraucher durchzusetzen. Jetzt hat der beklagte Energielieferer, so wie Sie gerade erwähnt haben, gegen das erstinstanzliche Urteil ein Rechtsmittel eingebracht. Was bedeutet das jetzt in diesem Verfahrenskontext? Genau, also das Verfahren befindet sich jetzt in zweiter Instanz. Das heißt, der Verbund hat Berufung erhoben. Wir haben jetzt auch mittlerweile schon eine Berufungsbeantwortung erstattet und warten jetzt sozusagen auf das Urteil des Oberlandesgerichts Wien, das dann irgendwann in den nächsten Monaten wahrscheinlich kommen wird und dann werden wir auch dementsprechend wieder informieren, wie das ausgegangen ist. Es ist davon auszugehen, dass es aber da das Verfahren nicht endet. Also sollten wir verlieren, werden wir auf jeden Fall Revision erheben, sollte die Verbund AG verlieren. Nehme ich auch an, ganz stark, dass auch die Verbund AG Revision erheben wird. Dann geht es sozusagen an den obersten Gerichtshof und der wird dann endgültig in dieser Rechtssache entscheiden, wie lang das alles dauert. Das steht natürlich etwas in den Sternen. Ich gehe davon aus, dass wir um den Jahreswechsel herum, also 23, 24, dann ein rechtskräftiges Urteil und damit dann auch endgültige Rechtssicherheit zu dieser Rechtsfrage haben werden. Wagen wir einen Blick in die Glaskugel. Aus Ihrer Erfahrung heraus, Glauben Sie, wird die zweite Instanz das Urteil der ersten Instanz jetzt bestätigen oder werden die das Urteil kicken? Also ich glaube, dass wir sehr gute Argumente haben und sehr gute Argumente vorgebracht haben, so dass das Urteil im Ergebnis bestätigt werden wird. Natürlich kann man das nicht sagen, weil es gibt unter Juristen diesen Spruch mit, auch von vor Gericht ist man in Gottes Hand, den kann man ja nicht überstrapazieren. Aber es ist etwas so. Aber grundsätzlich gehe ich davon aus, dass das Urteil bestätigt werden wird. Wir haben ja auch etwas Schützenhilfe durch das Gutachten vom Universitätsprofessor Dr. Schopper bekommen. Auch der kommt ja im Wesentlichen zu den gleichen Ansichten, die wir vertreten haben. Und ja, dieses Gutachten wurde ja im Auftrag der Arbeiterkammer in Tirol und Salzburg erstellt. Also auch da sehen wir etwas Unterstützung von einer Seite, mit der wir eigentlich nicht gerechnet haben, dass da ja auch andere offensichtlich diese Zweifel an solchen Klauseln teilen, die wir ja auch haben. Wenn jetzt das Urteil nach dem gesamten Instanzenzug bestätigt wird, was könnte das für Auswirkungen haben auf die anderen Energielieferanten, auf die anderen Anbieter im österreichischen Markt? Also man muss natürlich sagen, es ist unklar, welche Argumente dann am Schluss bestätigt werden. Selbst für einen stattgebenden Urteil kann das jetzt große Auswirkungen haben oder auch sehr kleine auf andere Anbieter. Das kommt eben darauf an, welchen Argumenten gefolgt wird. Ich glaube allerdings, dass das Urteil insgesamt sehr richtungsweisend wird, weil es ja das erste Urteil, wie ich vorher schon gesagt habe, ist, dass sich einmal mit der Auslegung des § 80 Absatz 2a Elbock beferst. Also insofern würden da Anhaltspunkte gegeben werden, wie dieser Paragraf zu verstehen ist, wie weit der auch geht oder wie eng der auszulegen ist. Also es ist jedenfalls eine erste Klarstellung dahingehend zu erwarten. Man hat einige Auswirkungen aber auch bereits jetzt schon gesehen. Viele Anbieter sind dazu übergegangen, ihre Klauseln zu überarbeiten, sind vorsichtiger geworden beim Kommunizieren der Preiserhöhungen. Preisanpassungen haben vielleicht auch noch einmal darüber nachgedacht, müssen wir jetzt wirklich anpassen, sollten wir vielleicht nicht lieber auch Preise wieder zurücknehmen. Also da sieht man schon, dass darauf reagiert worden ist, dass auch da die Branche darauf reagiert und es sehr genau beobachtet, was passiert in dem Verfahren, wie verhalten wir uns da am besten, um sozusagen da mögliche Schadensansprüche möglichst gering zu halten. Ein Ziel natürlich aus diesem Verfahren, wie aus vielen Verfahren, die wir führen, ist natürlich Rechtssicherheit zu schaffen. Rechtssicherheit einerseits für Konsumentinnen und Konsumenten und andererseits natürlich auch für Unternehmer, weil es ist natürlich am besten, wenn sich beide Seiten darauf verlassen können, das, was wir vereinbaren, das, was wir zahlen, das hält dann, das ist standhaft und das ist vor allen Dingen auch fair für beide Seiten. Zusammengefasst, heißt das eigentlich, dass es weiterhin sehr spannend bleibt, wie es weitergeht, was uns erwartet, was uns in der nächsten Instanz erwartet oder vielleicht sogar in der übernächsten Instanz. Ich bedanke mich vielmals bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns darüber zu sprechen. Es war sehr informativ und ich glaube, es sind viele aufgeregt, wie es weitergehen wird. Vielen Dank für die Einladung und vielleicht sehen wir uns ja wieder bei einem rechtskräftigen Urteil. Sehr gerne, danke schön. Das war's für heute. Danke Ihnen fürs Zuhören. Um keine Folge von Am Punkt zu verpassen, abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts, Spotify oder bei einem Podcast-Service Ihres Vertrauens. Bitte bewerten Sie uns auf diesem Wege auch gleich am besten mit fünf Sternen. Bis zum nächsten Mal bei Am Punkt, dem Podcast des Linde Verlags. Bis zum nächsten Mal bei Am Punkt.